Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Episode von Wild Heart. Ihr seht schon, was da blinkt? Drei. Schaffen wir die drei? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nämlich noch nicht. Ja. Aber wir müssen ja alles besiegen. Hier hole ich mir wieder Hilfe. So, hier. Ich gehe zuerst hier nach oben. Weil da oben wird man mich loben. Dann sammle ich hier kurz mal ein bisschen. Da kommt jetzt noch schnell jemand rein. Das nehme ich mal. Das werde ich so oder so brauchen. So. Alles mitnehmen. Alles zum Füttern. Gut. Und ja, das mit der Rüstung. Was ich gedacht habe. Wie viel haben wir denn? Stimmt nicht. Meine Rüstung bringt mich nicht um. Das ist was anderes. So, jetzt haben wir den Speer, oder? Das ist doch das. Dann würde ich den gleich verbessern. Ähm. Erhöht die Widerstandskraft. Würde ich auf jeden Fall machen. Haben wir sonst noch irgendwas Tolles? Nö. Dann nehme ich das mal. Und für den Rest, ja, so eine Lampe. Oder die hier. Verbessern. Gut. Und immer noch keiner da. Das heißt, wir machen das jetzt alleine. Wie es aussieht. Hm. Äh. Jo, gute Frage. Ich habe doch hier ein Haus hingebaut, oder? Oder sieht man das nicht? Hä? Ich habe doch letztens da ein Haus hingebaut. Das passt. Da ist auch der Frustgrimm. Hm. Will ich das schon? Gegen ihn? Macht zuerst das Schwein, glaube ich. Und das kann ich verbessern. Gut. Ja, dann gehen wir zuerst mal da hin. Wir machen das Schwein zuerst. Weil das ist meiner Meinung nach eines der einfachsten Monster. Weil das kann man nicht verfehlen. Makoto, hilf denn's? Jo, danke, Bro. Ich markier's mal. Dass er auch weiß, dass es hier lang geht. Ich glaube, ich kann fliehen. Ich glaube, ich kann fliehen. Na, Tika. Okay. Okay, das hat sehr lange gebraucht, bis es nachgezogen ist. Das war doof von mir, genau in dem Moment runter zu und dass die Wölfe alles hier sind. Ja, Makoto, nein! Das kann ich irgendwie nicht blocken. Und? Und rein da. Ja, komm, Krieger. Füllen den Schwänzchen. Okay. Späti. Okay. Okay. Ich lass mich mal mitschleifen. Und raus damit. Oh, da kommt der Affe noch nach. Aber den machen wir danach. So. Ja, wo willst du denn hin? Zu sterben. Ach, hier. So. Gut. Verzeih. Bye, bye. Oh. Bin ich hier auf der richtigen Seite? Doch, ja. Eigentlich schon. Na gut. Okay. Äh. Mach mal einen Blutrück, oder? Hm. Er wird wahrscheinlich sich ausflüchtungstechnisch umplatzieren. Hm. Ja, geht mir eh nach. Ich wollte jetzt gerade mal markieren. Lassen wir mal des nächsten machen. Nein. Okay. Na, danke. Na? Ja, danke. Ja. 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 Okay. Okay, bro. Huh? Okay. 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 Oh, they're up. Okay. 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 er macht unfassbar viel schaden das kann sein oder sieht das mit der volle ist einfach in sein wie viel schaden man da rausholen kann jetzt ist der wolf da nehme ich mich mal nach oben hin habe ich hier zufällig noch ein habe ich nur eins vom ding noch ach da das doch gut ok hier sollte nämlich gleich eine falle bauen bei dem wolf der ist halt am nervigsten hier ist gleich leben das sollte ich mir merken alles noch ein zweier diesmal mache ich mir nicht selber schaden oh danke für die beyblades er hat es auf mich abgesehen ok aber wie er zurückgedrängt wird ich habe es auf mich ich habe es auf mich leider bin ich durch geflogen Nein, ich bin tot Nein Nein Ah, bitte, nein Danke, Junge Profi Gut, es ist mir Ja! und so Okay Ich bin gerade ein bisschen Überwältigt gerade von dem Kampf Du willst da unten kämpfen Ich bin gerade von dem Kampf Ich bin gerade von dem Kampf Ich bin gerade von dem Kampf Okay, das war ja Alter Ohne ihn hätte ich das jetzt nicht so einfach geschafft Ei, ei, ei Danke, Bro Jetzt geht das auch wieder Mit meiner Kamera Dadurch, dass jetzt die letzte Folge so lang war Würde ich sagen Halte ich diese Folge kurz Oh Süß Ja Leute Vielen Dank fürs Zusehen Lasst ein Like und ein Abo da Würde mich auf jeden Fall freuen Ciao, ciao Hab euch lieb Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Natürlich hahahaha Amerika creativ Vielen Dank.